blablabla irgendwas kam gerade herein ich muss es töten bevor es mich tötet ich bin der bodage prinz der nicht diamant ist mit sicherheit auf höflicher weise guten morgen sagt aber der stadt nur morgen eigentlich hat er gesagt vier netzigen einen wunderschönen guten morgen also nicht gesagt ich merke so hat ja und willkommen mein name ist an die wahl b und ich begrüße euch zurück zu zwei freier emblem engel statt wollte ich nicht nachschauen da hat ihr euch nachschauen ich habe bis jetzt noch kein b dinge mehr wieso stelle ich mir gerade vor wenn ich ein a rang mit charakter repetieren wie bei mir weiter nicht im bett liegen und stammbecken eines nicht als dieser spiel nehme ich an nehme ich an ja wir musikband gespräche ich glaube ich habe ein bisschen wieder aufgehen und gemacht bevor ich hier schon wieder raus geht er ein paar sechs stück ich habe leute trainieren lassen mit mit baller von corin und zwar habe ich einmal stevens die da hier mit baller trainieren lassen du was kannst du sagen die wagen ausgegliedert so dann haben wir einige leute haben mit corinia und support freigeschaltet weil corin hat diese coole fähigkeit die am ende eine aktion verbündete um einen herum heilen und support punkte geben und ich finde das ist ein bisschen wichtiger für meine heile ich habe dazu sagen all meinen heilen gegeben weil dann können die wesens irgendwie support punkte und so farben weil so sachen wie geschwindigkeit plus und verteidigung plus verbauen jetzt nicht wirklich weil meine heiler sind alles entwickelte einheiten von daher die bauen keine zusätzlichen fähigkeiten sind schon stark genug das ist mein charakter ich denke mal so einige out of context sachen irgendwie auf discord servers und so packen deine hände sind so schnell hat man kann man sieht natürlich nur den hauptcharakter im bild dann habe ich die letzte folge mein plan war meine heiler sind schon stark genug die bauen keine die meisten heiler haben alle geschicklichkeit plus zwei gab vorher habe ich rausgenommen und durch dings ersetzt durch coins fähigkeit damit die als support punkte kriegen bei mehr unterhaltungen bekommen damit für mehr supports bekommen ich glaube sowieso nicht mit meinen heilen an von daher brauche ich die geschwindigkeit also wird nicht jetzt sagt wir haben wir irgendwie so auf dauer irgendwie die beste entscheidung meinen charakter in diese fähigkeit zu geben ich will support sehen john müssen wir auch mal irgendwann entwickeln ich weiß noch nicht im bad weil ich jetzt mal gucken wollte was für charaktere ich bekomme wir sind natürlich noch nicht fertig wir haben noch eine menge support so eine menge also ob 34 oder so immer lieber hier wachen und mein schlafzimmer erst einmal habe ich mit der t sie ist die einzige der ich geschenke geben konnte und ihnen den unterstützungsgespräch freigeschaltet haben und das all die hauptcharakter diamant und so geben aber sie war die einzige der sich freigeschaltet hatte hatte kriegt auch in einer aufgehendstechnik aus dem weg war ja mal irgendwie ein zwei stunden ja um um zu einem die 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 wenn ich würde wenn ich würde wer stämme ich 100 kilo japanischen eti anscheinend meistert nie so was wir dann haben wir ja zu drehen und christ ja nämlich als zielerbung ich bin sowieso zu unwirklich ich habe vergessen seine getraute treue vertraute sie hat auch einen anderen namen der war geführt soll irgendwie ein deutsches wort sein stark diamant sie hat schon irgendwie so ein deutsch klingenden namen so ich weiß nicht genau wie das nochmal zustande gekommen ist aber ich habe die beiden support gegeben ach genau weil er ein party löwen ist näher und er ist ein tänzer ich habe gedacht ich gebe den beiden support ich habe es nicht mit dem ich habe es nicht überrascht ich habe es nicht überrascht ich habe es nicht überrascht aber den frillertanz getanzt andere leute dauernd hier die anderen leute wie ihre interessen aufzwingen naja von euch bei namen und ich will dann seid ihr auch hier von die mehra kio mo 歌 no 練習を始めよう kio から a hime ga saks 卓曲した yukie uke maimki sanin musume no 練習だよ zgi ni hime to isho ni 練習するときまでに sikkari 歌えるようにしておかないとね ee sou de gozo imas ですね ん どうしたんだい genki がないけれど yoく naio 噂を聞いてしまったのでございます des yok naio わさって Ich bin ein Kind, als ich genannt habe. Ich bin so, dass ich so richtig gut bin. Ich habe das Gefühl, dass ich so gut bin. Ich glaube... Ich bin so, dass ich so gut bin. Aber ich habe mich gut überrascht gehört. Ich habe so gut gemacht. das ist ja tom bäusch verstehe ich irgendwie doch nicht wir haben schon gehört wie sie wirklich klingt das ist das irgendwie nur so ein akt den sie ja gerade macht weil es scheint mir irgendwie nicht so gezwungen zu sein was sie gemacht und daher weiß ich nicht besteht noch nicht so ganz aber wir haben sie ja noch nicht so oft benutzt im kampf und dementsprechend wenig kompensationen freigeschaltet hat kommt noch ne weil sind alle noch genügend zeit nehme ich an wir haben doch so viele kapitel hier sind im kapitel 16 ich habe gerade gesehen also nicht gerade ich habe schon letztens gesehen wie das nächste kapitel heißt anscheinend heißt das nächste kapitel strandreise also ja wir haben unsere anime strand episode heute so wie es ausschaut hoffentlich ist nicht viel zu viel fanservice da drin ist nichts aufgetaucht mehr okay dann ist man oder im café ja wird bestellen ich verstehe übrigens auch nicht den ich verstehe wie ich sollte vielleicht mal narration verkaufen habe ich bestimmt noch irgendwie bekomme ich aber irgendwie keine mehr letzter zeit kann ich dir verkaufen auch hier nicht von abibus bekommen das ist sowieso nicht ich krieg einfach keine mehr ich habe ein paar heimittel und sowohl als verkaufende antidotes elixiere elixiere habe ich glaube ich nicht verkauft aber die meisten heil gegenstände weil ich benutze sowieso keine items ich war mal kurz gucken folge freigeschaltet spenden will ich irgendwie nicht machen aber wir haben schon alle ort hier besucht also wenn ich keinen neuen ort hier besuche aber da wäre ich auf 2000 gold runter ist ein bisschen zu wenig so ich weiß irgendwie nicht genau was mit den wahrsagereien hier zu tun hat ich bin ich bin mal bei jedem charakter auf screen hingegangen und hab denen irgendwie weit nicht hier so eine runde spendiert hier so in sachen nach wie noch mal anwander kommen in sachen von roscoe oder was auch immer bei niemanden hat sich gehört bei niemanden kam irgendwie eine message oder so oder was auch immer da auftauchen sollte also ich bin da mit jenen durchgegangen irgendwie weil nicht ich habe nichts bekommen nichts passiert also ein bisschen überfragt so ihr beiden schon wieder pandrio und das mit hier hat man doch gerade m bar unsere ritter mit ziemlich sicher ich habe die schon mal irgendwo hingeschickt irgendwann mal so hier haben wir alles bis auf resistenz und da haben wir glitzer glitzer creme törtchen mit beeren obst creme törtchen mit beeren und fisch bei beeren essen doch fisch deswegen aber gar hat kein sofort wenn wir im gott zusätzlich wie viel wert wir haben dann warte mal ich habe noch nicht gesehen wird tag aussieht hier muss das ding noch mal hier doch jetzt ist er ist auch eindeutig neu dass wir jetzt irgendwie so märklapp oder so irgendwelche illegalen drogen da drücken irgendwie hergestellt oder so sage dann sind wir schon fertig hier hatte noch 15 minuten gedacht hat dann wer ist ja laut kate jemand aber irgendwie sehe ich nur sieht man nicht zu weit weg so dann falsche knöpfe ich gehe einfach hier so wir gehen in dem lab weil ich sollte vielleicht noch mal meine charaktere durchgehen ich habe allen ring gegeben den ich plane hier zu platzieren ich glaube ich habe so war nicht zehn ringe oder so gegen den leuten weil sie nicht zwei drei vier sechs sieben acht neun zehn elf zwölf ja wie gesagt alle haben jetzt irgendwie alle heile haben jetzt diese momente skill nachaktion erwarten der einheit wenn bei mir benachbarten verbündeten 5 kp wieder geschehen und der unterstützung level erhöht sich ein wenig da ist irgendwie besser so im sinne von weil ich meine heiler gehen sowieso nicht in den kampf die brauchen keine geschicklichkeit oder verteidigung oder irgendwie so hat sie sind schon weiterentwickelte einheiten die sind schon stark genug von daher brauche ich nicht wirklich irgendwie so bessere werte mit dem kampf besser sind ich habe ich dagegen gegeben damit wir als support punkte so freischalten so viele charaktere sind auf level 17 sie will ich auf level 20 bringen und sie die klasse wechseln kann jetzt machen wir beim nächsten mal nehme ich an weiß nicht warum ich sie nicht ausgerüstet habe aber gut gut zur weltkarte und da machen wir die strand episode heute dann gucken wir uns damit auf sich hat es gibt das jetzt einfach immer so wie wenn er hier so eingeteilt also wir haben natürlich ja noch einige das von corinne da ist von bei lef das von die am war auch der ersten gefecht schon sagen warum hat sich das level jetzt erhöht so dass die anderen nebenküste aber da war anna geholt da war john gold so jetzt müssen wir ich hier in jetzt haben wir hier da waren wir vorhin letzten partner und der jetzt noch weiter die zur küste kapitel 16 gerade als ja medis wir um gotts einen neuen ring geboren hat erreicht sie einen bericht was sagt dieser bricht dann haben wir alle irgendwie unsere fahre klamotten irgendwie mitgenommen man kommt es zur strand episode also klingt irgendwie ja wenn dann im feiern gemacht ring plus 3 dlc beide erfreien und erika Ich denke, das ist gut. wie noch andere sind alle schon gesetzt wäre eigentlich nicht schlecht wenn die auf uns zukommen schicken einfach jemanden mit einem ring ausgerüstet zu uns nehmen wir den ring ab nämlich man läuft die story ab ich habe nicht dagegen alle sieben ringe auf einmal kämpfen müssen ich bin relevant ja 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 ok ja da habe ich bei da an bord ist irgendwo immer liegt sogar online anschauen aber ich kann nichts ich darf auf youtube oder google nix beim engage mit ein eingeben weil da kommt youtube immer an so sie haben letztes nach feiern dem engage gesucht hier ist der finale post des spiels mit bild und namen und so viel spaß wir wissen genau was sie wollen deswegen darf ich nichts irgendwie online irgendwie nachschauen sich das spiel durch gespielter war es jetzt jedes mal ja 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 2名 逃亡したとの伝令です 逃亡か 今回の作戦に 思うところがあったのだろう もういいよ わざわざ追ってる時間もないし 後で捕まえて 適当に処罰しといて ですが 逃亡した兵が 紋章師の指輪を持っている レプタース どういうことだ 二方もご存知の通り 紋章師の指輪は毎日を考え 一つずつ 別の船に乗っております しかし でも でも あっ 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 チーズ ちろん ええ あっ 今の more 私は 実際に あっ 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 da nehmen wir die beiden leute die die getreuen von einer unserer feinde sind da kann schon nichts schief gehen und da sind wir jetzt auch gleich pass auf die kohle wir sind ja weiterentwickelte einheiten keine chance ok also ging noch ein ring cool die ganze schnee stick bewegen erst das gefühl wir sagen wir irgendwie alles nur die neuen feiern bringe sollte irgendwie so eine geheime nacht sein die besseren feiern dem sind die neueren feiern sind besser als die älter die alten vorms sind alle böse ich sage dass sie ja nur so als willst aber ich bin mir ziemlich sicher irgendjemand unterstellt hat den machen wahrscheinlich sogar hinterher ist ja immer so drauf naja kommt direkt zu uns sehr gut ja 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 das steckt das wieder weg ja ich habe ein foto gemacht gerade es ist sogar noch witziger weil ein typ ist ich habe es nicht ich bin ich bin ich bin ich bin Ich bin hier in diesem Verein. Ich habe mich für Hirschion entschieden. Ich habe mich entschieden, dass ich das tun. Ich werde dich mit einem anderen. Ich werde das mit meinem Vater sein. Ich werde mich nicht mehr als ich. Ich bin auch. Ich bin auch. Ich werde mich mit einem anderen, wenn ich dort bin. Ich werde mich mit einem anderen. Danke. riesige und nix hammer weibs ich bin mal gespannt wer da rauskommt einer von den beiden oder beide und secret secret stolt mein erstes feier emblem es ist rk hat vielleicht eher frei gehabt eine landzeit irgendwie kein lot mit der landsee ja irgendwie haben die sich jetzt habe ich danach denke er freien wir irgendwie viel besser gewesen der lanze kein anderer lort hier hat der land bisher dass er sie gehört aber der hat eigentlich offiziell auch ein schwert eigentlich und erkennen aus die beiden waren ehrlich gesagt nicht so schwierig zu erledigen das letzte mal bekämpft hat man im review besiegen und ich kann immer noch zehn leute packen okay ich habe gedacht jetzt wo ja die beiden bekommen haben uns ganz eindeutig im kampf beistehen irgendwie weniger leute sondern sie ist eine held cool da wollte mir geteilt vom prinzessin hortensia oberflächlich betrachtet erscheint sie sitz am aber sie ist extrem eitel sagen lassen spiel und ein silberschwert kannst du überhaupt einsetzen wir würden ein stoppen silberschwert hat irgendwie nicht zwölf gewicht oder so ist der gegner männlich fügt die einheit im im kampf treffer minus 20 zu ok also sie bezieht ihre gegner oder was dann haben wir rosado getreuung von prinzessin hortensia er liebt niedrige dinge und zeit steht eine fröhlich positive haltung und errege das emblem von sek wird ihr strahlendes schwer zerschlägt die verteidigung ihrer gegner ihres gegners okay so weil man ritter ist der einzige weil man unter dem wir bisher haben vor niedrig geister gegen am ende ich fügt einer in den kampf ausweichen okay erlaubt für alle vermündeten im wechsel zwischen den emblemen sowie zwischen luna band behutsamkeit und solban wert was ich verstehe das nicht unter band ist das nicht irgendwie noch war doch ihr gegenstand mit dem sie ihre klasse wechseln konnte einen physischen angeführt sie zwischen schalen gleich 20 sind verteidigte das gegner so immer man ist von der band zu clips band zu wechseln und von bolstern ist nein das habe ich erfreien erfreien also kommt da irgendwie in den angriffen so vor wenigstens ne sagen wir haben so ein ding genau gott dass man hier gucken anfällig für waffen effektiv gegen dem mond achten sind gegen verzerrt sind okay mit was haben wir es hier gerade zu tun die rennen definitiv irgendwann auf uns los so organaxt und stahlgroßachs ok sie ist auch voll einfach zu erledigen sie hat resistenz absolut nichts das heißt wir hauen sie einfach mit magie um irgendwie in zwei ja eine feuer lanze genau was das hier geist geist okay auch ich sehe schon die schwierigkeit hier schweigen er tut hier uns verschweigen damit wir nicht auf sie losgehen können wird ja lustig okay soweit haben wir noch hier selber durch rittertod silber lanze wir eine menge festung hier sehe ich gerade da haben wir vor rativ da haben wir noch ein vorrativ und auch ein vorrativ da man da schwert ein schnitt selber durch nichts sicher ich auch ein ding ins produktiv also meine strategie wäre jetzt eigentlich wir locken ihn irgendwie daraus eine bewegung von sechs sie hat eine bewegung von vier als general da ist wenn wir ihn als erstes triggern wie dann fertig man da muss sie uns hinterher werden und sie mit der auf vier bewegungen wird ja wohl uns nicht so schnell hier einholen können was nicht schlecht ist man irgendwie sind berittene und fliegende einheiten folge nervt in diesem spiel die haben normalerweise können ritter und so irgendwie sieben oder acht felder sich bewegen in dem spiel können die sich fünf noch fünf felder bewegen sie kann sich so weit bewegen wie er oder sie ok sie ist ein weiterentwickelte fliege einheit bewegung sechster ist normalerweise voll wenig da wir packen mal heute von drehen zum ersten mal ein ich glaube ich brauche zwei weil ich habe zwölf einheiten welchen heiler packen wir noch ein ich würde sagen ich glaube ich habe als einziges ausgerüstet haben wir unsere zwei heiler ich weiß nicht warum ich denn ganz rein und rausgehe so lapis weil sie wollten auf der 20 hochkriegen sie muss ein paar gegner erledigen ich packen wir hier rein da wollte ich dich mal endlich hier ist ein leveln dich dich weil ihr habt die ganzen besonderen ich habe gar nicht so viel platz einer wollte ich auch mal hier endlich hochleveln so wen tue ich mir nicht einsetzen vor gado zerkauf vor gado und zerkaufen will ich das wir haben zwei schwertkämpfer wir haben magier ich bin gar keine magie ausgesetzt damit geht aber gar nicht ich habe übrigens hier mal einige effekte geändert und zwar habe ich ihr irgendwie den effekt von ich glaube korin gegeben also hat wo dauert jetzt den effekt von kreuen drin was eine menge kritische schaden gibt aber die angust kraft ein bisschen reduziert deswegen macht sie mit ihrem wo oder auch die ganze zeit keine schaden weil sie sie hatte vorher irgendwie lens fähigkeit und lindt irgendwie noch mehr kritische treffer reinpacken aber ein bisschen noch weiter die angriffskraft unter senken jetzt habe ich damit korin ausgewechselt das eigentlich genau gleiche nur als sie etwas weniger kritisch hat aber auch nicht so viel nicht so viel angriffsverlust und ich habe glaube ich irgendjemanden ein meisterbogen geben ich glaube ätter oder wie auch immer weil sie hat genug stärke sie kann ruhig sie kann verkraften ein bisschen stärke zu verlieren aber sie nicht sie macht gar nichts an schaden deswegen musste irgendwie alles irgendwie raus irgendwie raushauen was ich hatte ich glaube ich möchte aber eher vor gado dabei haben weil erst einmal er hat der meisterbogen mit linds effekt drin und hier sind einige fliegende einheiten habe ich gesehen so ich muss mal kurz kommen habe ich war gegen die bosse ja ich habe genug heute hier er hat ein donnerschwert damit kann er die einiger erledigen sie hat ein panzer bächer was wahrscheinlich nicht so viel bringen wird da ist unsere einzige magierin hier lanze axt axt ich glaube ich kann ja kurz rausnehmen jetzt lieber vor gado und schau und hatte mir nackst du was china dann bekommt also nicht ja vorgad oder eine vorgadet du bekommst du sie nach so haben alle emblem ausgerüstet ausgerüstet naja sagt die die jetzt ist natürlich wir haben nicht genug geringer wir haben voll viele der will ich noch ein zauber geben bitte kann dann bestimmt jemand jemand entbehren wo ich vielleicht nicht damit angreifen werde wenn man feuer eine heilung habe ich noch hier eingelagert da wird uns nicht ausgehen ich meine sie hat nur ein bolganon aber es wird schon nicht so angreifen ich habe blockieren werde ich nicht so viel brauchen gehen wir ja noch irgendwie einen anderen zauber auch ein feuer ja du hast alles was du brauchst du hast alles was du brauchst du hast alles was du brauchst du brauchst nicht viel allgemein na elfen bin ich genau das auch nicht schlecht gegen fliegen einheiten du hast eine lanze du hast das zeug du hast genug exe ganz bestimmt noch ein paar einige sachen ja immer die eisenlachstier wenn man die meister axt ja und da haben wir vielleicht auch nicht schlecht ja 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 ich meine leisten monster vor uns glaubt das haben wir als erstes direkt pusten muss ich mit meinen stärkeren einheiten eingehen er sagt gefühl die werden mir gleich ein tutorial geben oder so so etwas hier diesen ring und erika ist voll stark gegenüber monster oder irgendwie sowas und packen wir dich mal hier hin ganz auf ihn losgehen so ein meisterbogen wenig ja du kannst auf ihn losgehen du kannst das darunter eingehen glaube ich da bist du kannst ruhig weit weg gehen erstmal ich brauche nur ein kill mit dir also ein level meine ich okay haben wir es ja weiß nicht dass die strand party ja beginnen dann gucken wir mal wie hat ihr so abläuft ne mal kurz checken sieht aber gut aus was geht's sagen und gott mehr wir haben sich darüber angeschlossen oh 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 okay oh 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 okay kein ding die großen balken von dem ist sicher jetzt erst sollte gar nicht nachgeguckt hier gibt es überhaupt irgendwie gibt sogar tatsächlich oh mein gott da können wir uns doch bestimmt wie 1 2 3 4 irgendwie rum manöbrieren habe ich gar nicht darauf geachtet dass ihr irgendwie so so häuser und zu sind aber anscheinend ja eins aber nur beim plan wäre ja schon dann beinahe ihn dahin zu schicken sagt man bestimmt jetzt irgendwann muss das nachwart die die amerika erika kann im kampf ihre zwillingsbruder ff einwechslung sich so unterschiedliche situationen anpassen die sinken fähigkeiten luna band er wird den zugefügigen schaden proportional zum verteidigung des gegners die bundeswaffe rapier für berettende und kapazern gegen zusätzlichen schaden zu und unsere beiden bossen sind genau diese klassen die bundesfähigkeit heilige zwillinge erlaubt seiner erikals und erfreibensfähigkeiten gleichzeitig zu aktivieren der bundesangriff zwängsschlag trifft mit schwert und lanze erhöht die chance auf bruch und fliegt verzerrten zusatz schaden zu so wird man jetzt sagen ich kann ich jetzt hier einfach so erledigen ich glaube nicht dass wir sie für ihn oft einsetzen werden wir da kann sagen wir uns sehen ja komm haben wir den jahr so schnell wie möglich weg wie gesagt vor allem der wach war mein erstes feiern nehmen ich fand da klasse ich habe mir halt ich weiß noch dass spielen wie ich habe das spiel zum erst mal in der zeitschrift gesehen sondern sondern weil nicht so eine gaming zeitschrift die ich mal irgendwie mit zufällig geholt hatte und da waren so ein paar bilder von dem spiel und so und ich fand das irgendwie interessant aus ne habe ich mir gedacht kommen muss ja mal und da hat mir doch schon ganz schön spaß gemacht und dann zeigen wie ansprechend aus so für mich und warum mal ich gegen den nix anscheinend 25 von beiden da kann es von allen seiten er konnte ach mal so wenn ich schon macht er doch gar nicht warum macht der silber bogen geht macht er mit den eisenbogen mehr schaden ein ap runtermann und da machen wir so selbst er macht nix an schaden und er trifft mich garantiert so hat feiler erfahrungspunkte eine wahlpunkte an sich was habe ich dich da im platziert naja jetzt bekommt mein hauptcharakter das macht mein hauptcharakter nicht hoch man muss eigentlich nur jemand gleich zwei ein papier abziehen was er macht jetzt ein krischen ja der möchte ich definitiv so schnell wie möglich erledigt erledigt haben soll du was aber einen schaden machen oder danke das war meiner so dann werde ich wahrscheinlich bei w und rosario da oben schicken damit die sich hier um das ding zu machen können häuschen da wird bestimmt gleich irgendjemand kommen und versuchen da kaputt zu hauten da kann man jetzt hat sie noch mal ein bisschen extra heilung gegeben genau das meine ich ja bekommt dann so ein bisschen mehr heilung und support punkte da kommen wir ja sehr cool ne da gebe ich wahrscheinlich ihnen noch mal hier ein zurück ja und dann heißt du noch mal hier die heiße sehr knapp hier gerade ja vielleicht nicht so viel heim hier gerade oder ich habe noch ein halter stab hier auf reserve aber geht schnell so er hat dann das schwert verdammt ich kann ich dings dahin packen dann ich könnte dich mit einem sperr und den verbundenen eignen packen muss 29 schaden ne schade da du machst 27 schaden du machst 9 19 schaden du überlebt hat sogar es ist aber lebende jetzt zwei dinger ja bekommst 27 minus 6 21 oder wird er auch überleben okay er wird das gerade so neu überleben aber er wird es überleben naja da habe ich irgendwie ein anderes schwert oder so wenn man stahl schwert da bin ich mal gespannt gottik chance aua bank ein hat weg was nicht ist auch noch plan das ist anders aus da kommt schon ein bandit da ist ein bandit pass auf ja guck mal er ja sofort kommen sie dahin so hat von typisch werden so als muss ich euch erledigen macht mir angst da kannst du ihn treffen das ist ja ganz wert das ist okay wir gehen sowieso an einer links das heißt wir werden den schon irgendwie abfangen sehr geil geld 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 vor gado bis hier er macht den einfach mit einschlag fällig wenn er trifft aber ich habe ich probleme hin zu treffen ja 52 kritisch jemand anderen den wir wenn du an dem aus das war nicht gereicht da kriegst du ihn down super gut gerade ich muss einmal mit dem dreier dingen treffen kommt schaffst du eine einkel so jetzt müssen wir mit unseren beiden fliegenden einheiten eingehen offensichtlich wäre natürlich hier wieviel verteidigung hast du 15 das ist ein bisschen wenig dachte müssen weibern ritter ich weiß schon manche mache aber könnte ein bisschen wehtun ja ich würde ehrlich gesagt eine bewegung bleiben mit ihr die zeit gerade sehr blöd platziert ne ich würde ein bisschen näher da hingehen am liebsten ich verlegte gerade wie kann ich dahin hatte hatte korniert diesen tanz nennen weil er verdammt anna ich hatte einer schon bewegt sie haben ja verteidigung als und dabei waren ritter da sind normalerweise voll tanki so und wenn ich mit euch beiden da reingehen ich kann mit der oben hingehen das ist ja wohl anlocken können glaube ich na verteidigung 27 ich meine die machen wir dann mehr schaden mit ihren blöden deutschen vergiftungen wenn man sich aber wenn wir dir schon mal abgelenkt hier will ich sagen da habe ich neben dem töten so wird euch erreicht weiter zweifelt so mein plan war jetzt eigentlich jene weg zu bewegen aber ich will trotzdem mit ihr mal ein bisschen weiter da voran laufen einmal dich hoch und dann tanzen wir mal für dich und dann hatte ich geplant ihn zu packen der starb ab 26 eisen groß lanze 34 42 müsste eigentlich überleben ich hatte es dazu sagen und mit allem er hat nur nahe kampf perfekt schicke ich dich ja hin und du hast denn die silber lanze ausgerüstet was soll ich den einsetzen ich habe dafür da für mich hiermit kriege ich mehr schaden raus irgendjemand trifft mich von der runden wo wo die ich sage mal geritter da wir drücken ich von dir unten irgendjemand hat den langen strecken dingen so einfrieren haben ein gott ja bloß weg damit ich habe ein paar leute aber da oben so ihn tatsächlich mal hier mit bündnis lennon für den fall holen immer hier wird es liebsten ihn irgendwohin bewegen aber kann ich nicht er wird aber zu dabei es kommt wieder unlaut noch wir haben hier mal nur so auf eine welt zu konzentrieren kommen sie von irgendwo anders auch noch an gerannt okay auch sagt sagt ja ich dachte es mehr schon als mit dem großen et hier er macht nur da oben so schnell erreiche das war absolut nervig natürlich die solchen den typen da so schnell erreichen hat idiot wir sollten also schnell hinkommen man da ist auch noch ein schütze ich komme da gar nicht hin ah ich komme jetzt auch nicht da vorbei waren das war die nervige situation ja er steht genau da jetzt noch heute ein retter tod auch noch geht es ja noch ja nichts machen oh mein gott er will es ja machen er kommt jetzt ja nicht mehr raus kohle königs retter 1 klar er kommt natürlich jetzt wieder ja ich raus mann ist auch keine erneuerung oder irgendwie so hat cool jetzt wenn ich ihn jetzt erneuern alter hat gefällt mir gar nicht hier gerade ich muss ja noch mal neu starten ja ich muss neu starten ich glaube ich hätte da dritte war es irgendwie dann kann man auch nicht machen dann verschwenden wir ja keine züge würde ich sagen dass man sich so da will ich mal hier unten mich um die leute kümmern soll ich ein bisschen da oben einer kommt von allen seiten okay irgendjemand konnte den erledigen naja ich würde lachen wenn sie jetzt einfach hier eingeht und den erledigen könnte ich werde da sie ist ein held mit diesen helden mit der lanze du musst ihn treffen dann oh mein gott sie ist tot wenn sie getroffen wird geht um es mit dem kopf schlag treffen so dann gehen wir nicht nach durch die mitte wir gehen hier oben lang dann anscheinend weil da oben kommt direkt der eine typ so meine strategie wäre dann tanz der göttin wenn ich hier vier leute hinpacke wen wolle wir packen dich hin und sie heilen dann muss die person die länder hat ja dann ist natürlich außer reichweite dann machen wir so ganz mal für dich deswegen so eine einzelne kleinigkeit wenn man ihn nicht vorher wusste da macht an ein kleines tenzen von salia da war ich schon riesen vorteil sehr cool für so ein level ab ja dann laufen wir euch alle an oder auch nicht weil ihr nicht da kommen wir hier kann man auch schon ausnutzen irgendwie dann machen wir euch hier hin wer trifft mich von da du sonnenbogen lichtpfeile mit magie angriff frage ist jetzt tut das weh ging über sie und dann geh du hier mit dem donner schwert so ihnen schon mal eher getriggert oder ich könnte auch einmal so da reingehen dann aber er kann sich nur um ein wegen das nicht so bringen nein ich kann noch einmal tanzen darf ich nicht vergessen naja immer die leute da unten eben wahrscheinlich sowieso auf uns los aber mal schauen vielleicht auch nicht da sage ich dann einzig auf was wir jetzt hier aufpassen müssen wenn banditen da oben erreichen damit er sich hat haus kaputt haut jetzt komme ich gar nicht mehr auf ihn verdammt naja und sie geht dann hier ein wenn mein tänzer kann ich ja nicht weg machen gerade so überleucht geschicklichkeit 20 naja das war so jetzt kommen die alle ja jan wirst du denn jetzt schon wieder hin so machen wir das mal so eine die support klasse hier aber kurz gucken ich erreichte im bestimmten von er macht 35 schaden ihr habt verteidigungs 12 14 8 ok vielleicht kriegen wir ihn sogar dauern ok du hast du bist nicht so schnell ich hoffe ich habe mich jetzt hier nicht verschätzt werfen wir mal ein schwer auf tisch und wir können eigentlich sie schon in der oben schon gleich erreichen wenn es weitergeht also mit dem silberschwert ich werde ich gerne dahin passen genau 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 ja cool ja 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 wie habe ich da gefühl ich habe ja nicht so im griff da ist er die ganze ich suche schon ganz am hauptcharakter verschwendung von dem meister wohnheit soll jetzt bist du ich ich sollte eigentlich jetzt machbar sein so viel denken man das ist ein da reinpacken nehmen wenn sie mit so oder so kontert und daher hätte ich viel einfacher wenn ich hier mit meinen entwickelten leidern gehen er war da habe ich muss mal kurz gucken kann ich dich schon erreichen da wenn ich meinen hauptcharakter reinpacken in der nähe wenn wir den erreichen so hat so eine krebschance ich auch machen könnte es ich könnte eine klone einpacken ich muss sowieso im nächsten zug schießen aber so ich kann natürlich auch mit ihm hier losgehen ich kann euch auch da meine fliegenden einheiten über ich glaube nicht meine fliegenden einheiten noch brauche jemand brauche heilung wer dafür werde ich jetzt kein proaktiv hier anwenden was zu viel schaden so ich brauche meine heilung nicht mehr meine fliegenden einheiten habe ich so für so wie viele leute da sind er mit den mit den klonen okay der ich kriege ich im nächsten zug mit eiskalt auf die klone los okay ab 0 schaden cool aha haben wir schauen wir an dieser ein typ gefällt mir überhaupt nicht so trifft man richtig so situation gefällt mir aber immer noch nicht so sah ihn kann ich jetzt abknallen wenn man 30 was wir jetzt noch weniger schaden ich habe eine idee wo ist er wusste wo ist sie mir sagt mir sie hat noch da und rechts stärke na ja weil er sagt voll in gefahr ja ich muss ja alles erstmal erledigen wo ich hier weitermache so weit entfernt die kommt schon wieder näher und die wollen mich hier schon wieder einfrieren er kann so erreicht uns von da aus 26 ich meine er kann ruhig eingefroren werden hier mein tankiger tank tank typ er kann euch eingefroren werden den kann ich mich da rein schicken und triffst du ihn so 3 reicht nicht reisen klinge aber noch nicht kontern aber ich treffe glaube ich nicht ich hätte ja mit dings angreifen können aber was soll es natürlich ok man großes dankeschön an alle meine feinde du hast glaube ich nicht wind dabei aber du hast mich dabei das ist sowieso eher wegpacken also der elfenwind und da sehe ich den also was ist mir egal und einfach weg egal ob ich erfahrungspunkte verschwende er kommt aber genauso viel erfahrungspunkt wie die anderen ein saub löst der lab gehabt so hat mir hier nicht gefällt ist hier sicher jetzt erst wenn ich damit bei mir beide treffen ich glaube damit haben wir die situation so ein bisschen entschärft gerade ihn setzt jetzt hier in ich glück abgehen die immer noch eher auf meine ding ist los ne so ich auch mal weg da gehen einschlag incoming so ich habe wirklich da kommt jetzt nicht noch einer ok wenn ich dich erledigen dann kommt er mit der stahl großland sie 42 schaden macht das überlebt sie ich sehe gerade überlebt hat auch so einmal kann ich doch tanzen da würde ich doch bestimmt auch mit jemanden hier einsetzen vielleicht sogar mit ihm kannst du mich auch schwer auf ihn werfen bestimmt auch dasselbe genauso da aber dann kommt er gleich mit seinem ding ich muss ein highlight ich muss für ein heiler tanzen sehe ich gerade erreichst du da unten ja damit ein purgativ wahrscheinlich ja man ich muss ihn dann wieder hoch ein erst mal was ich ihm treffe ist auch wieder so eine sache der trifft ok sie ist tot natürlich kriegst du mit schön heißer der kritik jetzt immer ja jetzt mit dir aus er kann wortwörtlich darf wortwörtlich nicht blöde ist die angie ist jetzt wahrscheinlich so programmiert hat er jetzt immer kritik einzig was ich mir jetzt noch erhoffen könnte ist wenn er einfach nur auf meine dings los geht auf meine klone ich glaube bevorzugen die sogar wir sind einzig was ich jetzt gerade machen kann da muss ich halt muss ich halt hoffen dass du er auf den links los geht offen noch dahingehende ausweichen ein das sind ausweichen von 64 der trifft uns sowieso 72 muss auch nicht so aber sie ist irgendwie besser was ich ja machen kann glaube ich nicht so ich hoffe aus irgendeinem grund bevorzugte es lieber hier auf die klone loszugehen habe ich sie jetzt ein platzieren wenn die klone blockiert was meine stahl groß lanze hat ihn da nicht brechen bevor er mich tötet funktioniert hat nicht so nein ich habe ihn gerade ich bin auch blöd da soll der lanze mann tanz ja ich bin auch doof ne ich habe doch protection das möchte ich da raus einfach doch gar kein krips auf sie jetzt ist sie natürlich im weg aber lebst du das ist eine menge schaden das hier auf zukunft der 42 da ist viel zu viele mann wenn ich glück abgehen die er auf unsere klone los mal schauen was hier passiert aber nicht jetzt eine axt mach einfach jetzt ich kann sowieso nicht von zwei getroffen werden sehe ich gerade aber man passiert jetzt hier ja und sie macht ihn fällig verdammt das heißt eine kommt jetzt und erwarte mal wenn sie so viel schaden macht wenn er so viel schaden macht dann werden wir den einen ja wohl auch da wer kann sich nicht bewegen perfekt kein problem genau ich habe ihn platziert nein natürlich ist das genug ja schon soviel zeit kristall ich bin der vierten zug ich war aber von hier noch mal so das kann der axt zu eigentlich nur auf mein auf charakter losgehen leben zwei prozent treffer chance ich glaube wir überleben jetzt ist er da reingegangen das war ich die einzige person die er eingefroren werden kann und hat überlebt da da ich glaube jetzt bewegen sich auch keine mehr so wer da kommt gleich noch ein raubein irgendwann ich muss mich dahin bewegen ich kann sich nicht bewegen so die kommen gar nicht hier hinten sehe ich gerade so wir fangen jetzt erstmal alle da außer reichweite von ihm mit der schöne noch unsere andere an leute hier angreifen kann schöne auf losgehen kann los du musst da stellen nämlich an das ist einer muss angreifen damit sie halt hier allerdings wieder zurückbekommen ihre ladung so wenn wir hier starb wächst und sie macht natürlich alles hier fertig ne ich muss sie sowieso dahin bewegen von daher ja geh du mal schreibt ihn an mit anderen vielleicht erleben kann durften denn 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 perfekt ich muss mit einer immer ein kill abholen gegen den geld meine manche sind das knapp kein geld so kriegt die alle kaputt überhaupt ja mal prozent der ist weg ich habe lieber ihn ja aber es so schwer zu treffen was mache ich auch mal gerne irgendwo sind doch bestimmt welche irgendwo ich habe konsantiert der typ sich sowieso die ganze zeit auf meine klone aber dann keine ahnung bei ihnen ab hier 100 prozent kein legen aber geschicklichkeit sehr gut da können wir nicht einfach mal erledigen ich habe keine lust auf stress aber ich habe schnell kaputt mit mir alle weg haben so schnell okay gute nacht das war nichts an erfahrungsmutter so kannst du ihn erledigen nö ich irgendwo magier die man nämlich erreichen kann jedenfalls jetzt mit dich aus oder band so band was ich habe jetzt irgendwas für mich bringt gerade aber nicht ich würde ja aber den dings ist deswegen ist so klar hat er nicht getroffen kriegt aber ist gut wenn er sich so lange auf unsere dings konzentriert ist ja kein ding lieber auf unsere klone losgeht dann ist schon kein ding ich gehe mal dahin das ist jetzt mal da ein weil warum nicht aber so war den zu treffen mit dem meister wohnen mein versuch jetzt habe ich noch vier mal angekommen haben wir noch zwei klone noch so viel ergangen gerade angegriffen haben wir uns mal links weil ich will zum haus sein schnell wirklich jetzt kommt natürlich der ja für euch ihnen ein kämpfung jetzt kommen die leute okay was heißt immer noch da helfen donner gott die haben gar nicht so viel ab hier sich gerade die kriegt auch stimmt irgendwie eingeloggt mit jemanden und er kann einfach mal bitte weggehen die kommen wir nicht waren ja ich dachte allerdings aktiviert sich hier eine reaktion oder warten der einheit nachbarn benachbarten achte müssen auch heilen okay da war dann mal hier silberland stark vielleicht nur so schnell mich dahin irgendwie heranschleichen diese elfen donnertypen die man im nächsten zu mir voll auf die nerven gehen aber ich habe meine fäustlinge meine mein tänzer der auf reis ginge die fangen wir ab ich habe etwas leicht weg nächsten zog deswegen der ist wie regen in einigen bei einem dem titel die titel am regen ist noch schlimmer was ich immer nur zwei drei schritte oder so bewegen und dann versuchen wir irgendwie ja keine ahnung ein level zu komplett hier eine nutzt 20 jahre lang da sitzt also knapp aber der bleibt irgendwie da stehen und zu denen die ganze zeit einfrieren ist eigentlich nicht schlecht nein ich bin hallo mir schon wieder her waren